Brrrrriwert! Heute gibt's wieder ein Und dieses Mal zeige ich euch ein unglaubliches neues Produkt aus dem Hause Cookie Breed. Es ist so biegsam wie der Anti-Strohhalm, so heiß wie das Andi Eisen 10.000 und sogar mehr Metal als das Andi Eisen 10.001. Es ist das beste Produkt aus dem Anti-Aging-Bereich und bekämpft nicht nur Falten und Augenringe. Es ist das Andi Negative Aging 666. Mit dem Andi Negative Aging 666 könnt ihr alles negativ altern lassen, also jünger werden lassen. Somit seid ihr Herrscher bei Raum und Zeit. Ihr wollt ein Beispiel sehen? Kein Problem. Ihr habt eine alte Tomate und wolltet sie wieder schön rot und fresh ist? Einfach Andi Negative Aging 666 auf die alte Tomate schmieren und wie du die Zauberei wird die Tomate um einige Tage jünger. Also mir hat das Andi Negative Aging 666 bei meiner Zombie-Freundin geholfen. Zombies! Nachdem sie gebissen wurde und sich verwandelt hat, wollte ich sie von ihrem Leid erlösen. Doch dann habe ich das Andi Negative Aging 666 durch die Orgelreligion entdeckt. Ich habe meine Zombie-Freundin damit eingerieben. Ihr glaubt mir, es ist verdammt schwer, ein Zombie gleichmäßig mit Crema einzureiben. Und sie hat sich von einem Zombie wieder zu einem Menschen verwandelt. Ich danke dem Andi für dieses unglaubliche Produkt. Ich kann meine Stirre nicht sehen. Das Andi Negative Aging 666 lässt sich auf alles anwenden. Es zieht einfach ein und verbringt unglaubliche Wunder. Der Preis ist nur eure Seele. Das Andi Negative Aging 666 lässt sich aber auch als Negative Aging-Maske verwenden. Und damit ihr die Erfolge auch an mir sehen könnt, probiere ich es direkt aus. Erstmal eincremen. Und los geht's! Hm, ich könnte mir beim Warten den Trailer von meinem Twilight-Film anschauen. Okay! Wow! Habe ich gut geschlafen. Was? Was ist mit meiner Stimme los? Ah, ich bin wieder ein Kind! Verdammt, ich hatte die Negative Aging-Maske zu lange auf. Nein! Die gravitationsbedingte vertikale Dislokation maliformer Agrarprodukte aus der Position ihrer Biogenese erfolgt in der Regel Proxytrunksjahre. Okay, positiv denken. Ich bin zumindest noch schlau. Jetzt muss ich mit Hilfe meiner enormen Intelligenz auf eine Lösung kommen. Genau! Ich wünsche mir einfach vom Weihnachtsmann, dass er mich wieder auf meine 20 Jahre altern lässt. Ja, ja, ich mach das dann am 24. Ja, wunderbar! Heute ist der 18.12. Oh Mann, muss ich noch lange warten. Ich hoffe, diese Demonstration des Andi-Negativ-Aging666 hat euch die enorme Wirkung verdeutlicht. Kauft es euch noch heute! Es ist das perfekte Weihnachtsgeschenk! So Leute, das war's. Danke fürs Anschauen des Videos. Wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch! Schreibt in die Kommentarbox, was ihr mit dem Andi-Negativ-Aging666 so alles anstellen würdet. Wenn ihr bei dem PONK-Adventskalender mitmacht, kommt ihr hier zum letzten Videotürchen von LeFloid. Und hier kommt ihr zum nächsten Videotürchen von GutenAquitas, welches morgen online kommt. So, dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal! Abonniert Cookiebreed! Wer ist Cookiebreed? Nu! Nu? Wer ist Nu? Wer ist Nu? Wer ist Nu?